Und dann habe ich es eh bald, dann habe ich die Kriegsflotte aufgebaut, habe ein Plus von 1310, nein, und denen geht der Alkohol aus. Was kann ich Direktorin Baines berichten? Schließen. Und der Vorstand wird sehr erfreut sein. 30 schwere Waffen, ja. Strindberg hat sich als herbe Enttäuschung entpuppt. Aber das wird sein letzter Sabotageversuch bleiben, das garantiere ich Ihnen. Das hoffe ich, so. Fathers kleine Aufklärungstrupp war ja keine große Herausforderung. Sie haben wieder einmal hervorragende Arbeit geleistet. Ich denke, mit dieser Flotte sind wir für den Kampf gegen ihn bestens ausgerüstet. Sieh an! Offenbar haben wir eine der Kampfdrohnen übersehen. Nun, dieser Fehler ist schnell behoben. An alle Einheiten! Feuer frei! Der ganze Schaden wird vollständig absorbiert? Was ist das für ein seltsames Leuchten an diesem Schiff? Ein Schottsschild! Wieso sehen wir das erst jetzt? Oh, Mann! Das ist natürlich sehr unpraktisch. Menschen, glauben Sie, ich hätte Ihre Bemühungen nicht längst in meine Kalkulationen mit einbezogen? Sie können nicht gewinnen. Oh, Mann! Ich würde sagen, die überrennen uns bald. Das gefällt mir gar nicht. Absolut nicht. Ja, okay, weiter. Äh, wie lange nehme ich denn schon wieder auf? Oh! Doch schon so lange? Ich habe für die ganze Mission 8 Stunden 51 Minuten gebraucht, oder was? Schwierigkeitsgrau. Normales Spiel. Mission, Kampagne. Kampfsache. Zur Missionsübersicht. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob ich, ob ich jetzt weitermachen soll. Äh, zusammen mit Professor Divi suchen Sie nach Möglichkeiten, Faser zu schwächen. Hm. Ich glaube, starte mal. Sie haben eine Fehlfunktion. Sie benötigen einen Reset. Dieser Sackverhalt lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Sie müssen einschreiten. Ja, okay, das machen wir, deswegen starten wir auch die Mission 3. Ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass wir jetzt eine andere Inselregion haben. Weil die jetzt wirklich hübsch zugebaut war, weil die jetzt wirklich hübsch zugebaut war. Also da war jetzt alles voll. Da ging eigentlich jetzt nichts mehr. Und ein Tausender. Und ein Tausender. Und ein Tausender. Plus, das war eigentlich ein respektables Ergebnis. Zum Schluss raus. Wo wir kürzzeitig mal fast ein Tausender Minus hatten. Aber es ging dann. Das ist wirklich interessant. Wissen Sie, was ich denke? Father hat die Schildtechnologie modifiziert, die er der Eden Initiative gestohlen hat. Ich habe vorhin ein paar Messdaten aufgezeichnet, die das nahelegen. Ich arbeite gerade an einer neuen Technologie. Einem EMP. Es wäre vermutlich in der Lage, Father Systeme zu überlasten und seine Schilde zu deaktivieren. Wir könnten meine Forschungsarbeit hier vollenden und es ausprobieren. Und wie wollen Sie das anstellen, Professor? Herr Professor, Ihre Forschung wird bestimmt nicht ohne riesige Mengen an Energie durchführbar sein. Sehen Sie sich um. Die Infrastruktur in diesem Sektor ist vollkommen zerstört. Hör zu, Mr. Thorne. Im Gamma-Komplex, ganz hier in der Nähe, wurde bisher an der Steigerung der Energieeffizienz von Uran geforscht. Die Gebäude sind so weit intakt, dass wir darin forschen können. Triumph der Technologie. Mission 3. So. Oh, immer noch dieselbe Inselkomplex. Laut meinen Aufzeichnungen benötigen wir drei spezielle Komponenten für die EMP-Technologie. Ich werde Sie genau instruieren, worauf bei der Entwicklung geachtet werden muss. Okay. Äh, erreichen Sie, ähm... Forderliches Energieniveau für Modulentwicklung ermittelt. Energieoutput muss erhöht werden. Okay. Darf ich raten, das kostet wieder ewig viel? Nö. Wieso habe ich nur so ein kleines Plus? Ach so. Ach so. Ich brauche einen Strom von 300 und plus. Was ist hier los? Okay, jetzt... Jetzt kaufe ich Handel, Einkauf, Alkohol. Registriere neues Fahrzeug. So, wo? Ach, die Dinger kosten schon wieder so viel. Nein. Jetzt habe ich die Flotte hier. Naja, wieder zum Kotzen. Achtung. Produktionsstillstand. Wo? Ach ja. Dann mache ich dich mal auf Pause. Wie sieht es hier mit dem Waren aus? Ich muss hier... echt aufpassen. Nicht, dass ich hier schon wieder irgendeinen Scheiß baue. So. Jetzt muss ich mich hier mal konzentrieren. So. Was mache ich jetzt hier? Was haben wir hier? Doch ein bisschen was. Hier muss ich erst mal Lebensmittel wieder machen. Tags. Äh, so. Fischfang. Habe ich eigentlich? Ja. Wohnhaus aufgestiegen. Von Ruine zu... Wat weiß ich wat. So. Da muss ich mich mal drum kümmern. Erdöl. Ja. Schön. So. So. Dann kommt hier mal alle den Schwung. Ich glaube, ich habe die Formel zum Glücklichsein gefunden. Jetzt fehlt mir nur noch eine Frau dafür. Ah, die brauchen sofort Funktionsnahrung hier. Wo ist denn hier... Nö. Baumöglichkeiten erweitert. Wo? Ah, Funktionsnahrung könnte ich machen. Sehr gut. So. Getränke. Die Arbeitsbedingungen hier sind zu 100% perfekt. Sie wissen wirklich, was Laboranten wie ich brauchen. Getränke komme ich noch nicht ran. So. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier den Strombedarf deck. Carbon. Du kannst mich mal... Carbon mache ich hier noch nicht. Gezeitenkraftwerk. Nur unter Wasser baubar. Äh, doof. So. Andere Strommöglichkeiten. U-Boot. Nö. Ja. Mache ich halt die dreckschürfende Scheiße. Oder wie? Ah, ich blicke hier gerade nicht durch. Das ist ja... ...zum Mäuse melken. Eigentlich... ...könnte ich das hier mal stoppen. Und die hier hochfahren. Dann könnte ich ein paar Brennzellen erstellen. Damit ich... ...äh... ...ein Atomkraftwerk bauen kann. Ich brauche hier... ...300 Strom. 200. Okay. Dann mache ich erst mal... ...so, gehe ich zu den Echos. Mache ich... ...zwei Windkrafträder hier. Dann muss ich meinen Bauradius ausbreiten. Zwar... ...hier rüber. Und hierher. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir Uran haben. Natürlich nicht. ...bauen wir aber noch ein paar Windräder. So, haben wir schon 65 Strom. Jetzt probiere ich es halt auf Gedeih und Verderben, dass ich das zusammenkriege. Jetzt mache ich hier noch... ...nein, das funktioniert leider nicht. Hm. Jetzt mache ich den mal das Trinken. Weil ich glaube... ...der funktioniert. Aha. Das ist doof. Wie immer. ...stellt mich immer vor Herausforderungen, die einfach doof sind. So. Dann gehe ich her, nimm die Tycoons Scheiß drauf. Achtung. Produktionsstillstand. Und... ...mach... ...keine Rohstoffe verfügbar. Ich glaube, ich werde nicht mehr. Kupfer, Eisenerz vorkommen. Ja, hilft sich alles nix. Dann baue ich halt in die Richtung noch aus. Was haben wir da? Egal, was das ist. Ich weiß es nicht. Komisches Symbol. Ist mir gerade wurscht. Echos Strom, bitte. Danke. Ich messe eine signifikante Diskrepanz zwischen ihrer Energieproduktion und ihrem Verbrauch. Was haben Sie vor? Es geht dich ein Scheißdreck an, was ich vorhabe. So, jetzt haben wir die ganze Insel übernetzt. So, das hier hin, hier hin, hier hin. Dann haben wir schon mal 144 Strom. Dann gucke ich mal, dass ich hier das Zeug hier ablade. Und nehme dann Glas, brauche ich nicht. Beton nehme ich mit. Dann Bauzellen nehme ich mit. Und Werkzeuge. Ich fahre noch kurz hier vorbei. Hier wird noch munter produziert. Ist immer toll. Und ich brauche nicht mehr viel Strom. Dann habe ich es beisammen. Dann habe ich den ersten Schritt schon getan. Für das, was wir brauchen. Euch geht es gut. Bruder, Jungs und Mädels. Ja, sieht gut aus. Hier oben. Ja, ja. Kann man genehmigen. Könnte ein bisschen mehr sein. Aber was soll's. Meinst du, wir könnten aus dieser Welt einen noch besseren Platz zum Leben machen? Euch geht es immer noch am besten. Mache ich hier noch voll. Hier noch voll. Dann schaue ich, ob ich hier noch Beton habe. Nö. Ist ja Wurst. Dann mache ich hier noch ein paar, zwei Offshore-Windräder. Dann dürfte das funktionieren mit der Stromgewinnung. Ich brauche ja nicht mehr viel. Wie viel brauche ich denn noch? Äh, ja. Die bringt 40 plus. Drei Windräder, wenn es funktioniert. Und mir geht das Geld schon wieder aus. Und ich weiß nicht wieso. Nehme ich halt mal die Steuern an. Der Chef war heute so freundlich zu mir. Entweder werde ich befördert oder gefeuert. Ne, hier wollte ich nicht rüber. Hier wollte ich hin. Dann gehe ich bei euch auch nochmal höher. So. Und bei euch auch. Ne, bei euch bin ich schon so hoch. So. Dann gehe ich bei euch systematisch durch. Hier. So. Hoppala. Nicht so, so. Und so. Und... Ich bin ganz in einem Bericht über die Lebensbedingungen. Ein Global Trust gesehen. Der reinste Horror. So. Dann sind wir eh schon wieder 500 im Plus. Und dann machen wir hier noch. So. So. Hoppala. Hier rein bitte. Danke. Und noch die Kleinhäuser. Dann haben wir wieder 800 plus. Dann ist das wieder vertretbar. Dann halte ich den ganzen Scheiß hier mal ab. Dann mache ich hier zwei Offshore-Windräder. Wenn ich sie finde. So. Die hier. Nicht genügend Baumaterial. Was fehlt denn noch? Ach, das ist Glas. Verflucht. Glas habe ich. Ah, ärgerlich. Wieder mal so einen Scheiß gebaut. Ich habe neun Bi... Äh. Neun Bauplätze. Das ist super. Die Insel interessiert mich jetzt mal ein Scheißdreck. Wenn sogar die Minen leer gelutscht sind. Es ist nicht immer leicht hier, aber anderen geht es viel schlechter als uns. Nein. Die bauen sich...